Aber ich habe zwei Hände. Naja, beide Hände. Moment mal. Stopp, stopp, stopp. Hörst du das? Ja, ich geh weg. Was sind die denn? Äh, über dir. Wo ist denn der hin? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Warum ist er wieder in einer Höhle? Das macht keinen Sinn. Ich sehe ihn irgendwie. Da ist er. Warte mal sind mehrere. Kann das sein? So ein Kack, wo bist denn du? Ich stehe auf dem Stein. Hinter dir Tobi, hinter dir, links. Wobei, da sind zwei. Bist du sie? Jetzt. Die ganze. Mann, geh doch mal an, du blödes. Hast du eine Flair, die du werfen kannst? Ja, aber das Wasser. Ich weiß nicht, ob die da nicht ausgeht. Du musst die, glaube ich, einfach nach links werfen, das. Oh boy. Stand einfach vor mir, der Penner. Bapp, 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 bapp. Wir greifen die auch gerade nicht an, kann jetzt sein. Da kommt wieder eine. Okay. Da kommt wieder eine. Okay. Ich weiß nicht. Ähm. Alter. Also wenn der gleich nochmal zu dir ankommt, dann versuch ich den abzuschießen. Ich hab ne Flair fallen nicht. Komm, 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 bleib stehen. Ich hab ne Flair fallen das nicht, Horst. Kommt wieder. Weil die wollen irgendwie nichts von mir. Gerade. Kommt wieder. Wisst ihr was, wenn ihr diese Spiele spielt? Mach ich mit. Kommt. Mach doch mal das Feuerzeug an, du. Alter. Gut. Der Angriff mit der Kettensäge hat ihm nicht so gefallen. Warte mich, warum. Kann ich gar nicht. Also bei einer Kettensäge ist wirklich gut, dass das, was er verloren hat, ein Zahn ist. Das ist aber lustig, dass es ja nur ein Zahn ist. Ich hab sehr präzise geschnitten. Ja, ich bin hier nicht nur Survival-Experte, ich bin auch Zahnarzt. Oh verdammt. Okay. Was war das nochmal kurz mit der Fackel? Wie zünde ich die nochmal an? Ich hab G gedrückt. Ich hab jetzt rechts gelegt. Was, was ich mir auch denken kann. Siehst du? Ich frag mich halt, wo der hinläuft. Ich glaub das weiß der Zahnarzt nicht genau. Es ist ja auch nicht nur einer, das sind ja mehrere. Er kommt da. Er kommt da. Er sagt, er sagt. Er sagt, er sagt. Boah, wie könnt ihr jetzt bitte mal irgendwie... Oh ja. Aber drei Pfeile sind schon mal drin. Hier kann ich den wenigstens auf dem Boden sehen, wenn der dann durchs Wasser läuft. Der ist down. Ja, das hab ich auch nicht gehört. Hab ich am Quietschen erkannt. Wie gesagt, es müssten mehr sein. Mindestens zwei. Oh je. Da ist er. Wie ist denn? Warte. Hier ist halt echt dunkel. Komm wieder. Eins, zwei, drei. Und Schnauze. Hat der irgendjemanden um Hilfe gerufen? Oder ist das nur eingebildet? Ich glaub das war eher so ein... Einfach so, weil das kann. Ach das kann. Warte, 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 warte. Wo kommen denn die auf einmal wieder her? Ich hätte schwören können, dass wir fertig waren mit denen. Da bist du. Da oben. Ich bin da hochgepselt. Wie? Ich würde nicht mehr sehen, wie ich da hochkomme. Ich bin einfach hochgejumpelt. Angst und so. Angst, mein stetiger Begleiter. Als der Angst regelt. Oh shit. Es sind schon wieder zwei. Wir haben doch die Höhle ausgehoben. Das ist doch jetzt irgendwie voll der Quatsch. Ist der da jetzt echt reingelaufen, der Idiot. Und sein Kumpel gleich mit. Der ist kacke, wenn man Wasser nicht mag, ne? Hätte man sich jetzt löschen können. Puh. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Zwei Zwei. 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 animales. Alter, die haben mir gerade aber richtig auf die Schlüsse gegeben. Ich lass dich mal mit deinem, mit deinem Axt vorgehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nicht wieder irgendwo... ...die Babys rumlaufen. Weil meinst du, ich muss mal kurz die Karte rausnehmen. Wir sind hier nämlich irgendwo nicht lang gelaufen. Also wir sind hier auf jeden Fall rechts gelatscht. Soll ich an diesen Weg erinnern? Sind wir hier lang gelaufen? Waren wir hier? Warum muss das so dunkel sein? Wo sind wir? Waren kann ich mich jetzt gar nicht erinnern? Eieieieieiei... Nee, hier waren wir glaube ich auch gar nicht. Cool, cool, cool. Können wir hier tauchen gehen? Ja. Wie kann man... Ist das jetzt eine Sackgasse oder was ist das? Eine Sackgasse oder? Kann man da vielleicht springen? Wieso machen wir denn hier so einen Weg dahin, wenn das da nicht weitergeht? Dann muss es weitergehen. Das muss hier einfach weitergehen. Ähm... Ernsthaft jetzt? Bist denn bitte schon wieder hoch gekommen? Äh... Hier drauf. Dann auf die nächste Kante. Mann... Oh, Alter. Ja, ist halt rutschig, ne? Deswegen rutsch ich immer ab. Nein, nein. Ist da oben auch was? Nee, bis jetzt nicht zu sehen. Gott, ich hab auch jetzt keine Lust aus der Welt rauszufallen. Ähm... Hier ist ne Spalt. Hier ist ne Spalt. Oh mein Gott, wie blind kann man sein? Ja, das hab ich jetzt nicht gesehen. Gut, das hab ich jetzt nicht gesehen. Das ist aber nicht der Weg, den du nicht gehen wolltest, oder? Du hast noch irgendwie einen anderen Weg, den du einschalten wolltest, oder? Ja, ist ja nicht schlimm. Wir können ja auch den jetzt mal gucken. Das macht ja keinen Unterschied. Gehe ich auch irgendwas Großes, Tobi. Sobald hier wirklich was... Was? Was ist das? Das ist so ein... Tobi, pass auf. Kommt der da hoch? Oh, der kommt da hoch. Ja, der kommt da hoch. Mal runter, komm weg. Oh da, Seil runter. Ah. Äh. Hättest du jetzt wirklich da stehen? Und da runter, 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 runter. Shit. Bist du runtergekommen? Ja, ja, ja. Was ist mit dem los? Ich jetzt. Also von wie aus kann der da stehen bleiben? Dann kann ich mal runter schießen. Hängt der da fest? Okay, ich kann nicht so weit hoch zielen. Hängt der da jetzt fest, oder? Ja. Kommen wir denn dann da hoch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht die längste Ahnung. Hey. Ich muss halt so eine Angriffswelle abwarten. Was hast was ist? Falls was ist, schampe ich runter und du musst mich retten. Okay. So lange wie du runter kommst, ist alles gut. Pass auf, da ist auch noch ein Kannibaler irgendwo. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Und? Er steckt fest, oder? Ich glaube, der steckt ganz gut fest, ja. Pass auf, da sind wie gesagt nur Kannibalen. Wäre lustig, wenn er sich genau in dem Moment losmacht, wo ich da auch noch hochkomme. Weil er eigentlich auf mich fixiert ist. Also hier ist auf jeden Fall ein Kannibale. Warte mal kurz. Den Kannibalen kann ich gleich vielleicht ausschalten. Wenn er wiederkommt. Ich versuch's mal mit Dynamit, okay? Ja, aber willst du den nicht häuten? Ne, will ich nicht. Das hielt mich nicht. Du kannst ihn doch einfach mitfeilen. Lobi, hinter dir. Also die Hälfte von dem habe ich gerade verloren. Ich glaube, der hat mich getroffen. Der ist Sack. Ich werde da mal kurz runter, oder? Ich werde da nicht hoch. Also wenn ich jetzt oben sterben sollte, müsstest du mich wieder beleben. Ich riskiere's. Kannst du einmal kurz warten, damit ich einmal den Kannibalen hier töten kann? Okay, ich habe keine Munition mehr gerade mitgefallen. Wir haben's gleich. Warte mal. Komm einfach zu mir. Dann. Das ist ja kacke, denn da ist ein enger Raum da irgendwie. Wie die Beile da schwingen. Metz. So, dann lass uns den mal einfach mit Feilen unterschießen. Okay, ich habe keine Feile mehr. Warte, ich mach dir mal nicht. Was gibt's denn sowas? Weißt du, dass der umfallen muss irgendwann mal? Oh. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Liegt er jetzt unten? Ich glaube, ja. Leht sich jetzt mein Leben eigentlich auf? Ich glaube schon, oder? Ja, sieht gut aus. Ich schau mal ganz kurz, ob ich ihn finde. Oh ja, der liegt da unten. Ich kann die Feile nicht mehr alle aufheben, also. Sonst gebe ich dir jetzt einfach welche, ist jetzt egal. Ich komme hoch und tausche dir ein paar Feile aus. Gut, dann haben wir das auch schon mal hingekriegt. War jetzt aber ein bisschen knapper, als wir es haben wollten, oder? Speicherpunkt wäre gut. Einfach nur... Weißt du, scheiße! Alles gut, Pudi? Ich bin abgestürzt, aber ich bin nicht gestorben. Oh, du Lack, Alter! Ja, das ist, weil ich immer so viel Milch trinke, weißt du, dann bricht die Knochen nicht so schnell. Und die haben mich immer Milchbubi genannt, und jetzt sehen die, was sie davon haben. So. Glaubst du, es sind noch welche? Ich bin hundertprozentig der Meinung, es sind noch welche. Ich brauche immer wieder Flares, ich habe nicht mehr viele. Wieso auch immer der umgefallen ist. Okay, wir sind hier ganz, ganz gut, von der Richtung her. Wir wissen auch hier lang. Ich meine, was soll hier noch sein? Wir hatten jetzt ja einen Mutanten mit dabei. Wir müssen aber hier lang. Das ist der Weg. Das ist der Weg, wie du gehst. Ich sehe halt nichts, ey. Das Spiel macht mich fällig. Also was das angeht, macht es mich echt fällig. Oh boy. Stopp, 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 stopp. Komm zurück. Ich gehe wieder hinter dich und schieße wieder mit Feindbogen. Nein, bitte. Alter, ich habe keine Pfeile mehr, was für den Stoß. Hast du Molotow oder sowas? Äh, ja, ich habe Molotow. Nehmt ihr den mal. So, warte mal, jetzt was. Warte, 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 wir haben das gleich. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Eins, zwei, drei. Warum zünden die sich eigentlich nicht an, wenn die da durchlaufen? Weil sie nicht durchgelaufen sind. Oh, der ist weg. Und der Nächster? Ernst. Warte ganz kurz. Hast du Medizin? Warte ganz kurz. Mann, das ist heute wieder super hier. Ähm, das, das, das. Bist du da? Warte ganz kurz. Ah, ich weiß, wo mein Fehler ist, okay. Nehm trotzdem. Ne, ne, alles gut. Ich muss mir auf meiner Tasche zwei umlegen. Danke. Okay. Wie war das nochmal auf die Katastenkombination Ende? Rucksack nehmen, dann das dazu geben, was du kombinieren willst und dann die Nummer aussuchen. Hast du? Weil ich habe die ganze Zeit Medizin auf Dings gehabt, auf zwei und habe mich immer gefragt, Alter, kann doch nicht sein, dass bei mir Medizin immer so schnell verschwindet. Also hier ist auf jeden Fall ein Seil. Achso, achso, das geht mal oben. Und hier soll aber noch ein Weg links lang gehen. Hier? Ja, wenn du auf die Karte guckst, ja, ne? Ja, aber weiter oben. Warte mal, als ich hier irgendwo... Irgendwo hier. Da sind wir jetzt zu weit. Genau. Da. Alter, das gibt es nicht. Das ist mir jetzt zu doof hier. Wirklich. Also... Oh!